Fick doch mein Leben. Ja, Mann. Och, ne. Ja, lustig, lustig. Lustig, lustig. Schön, dass du dabei bist und willkommen zu einer Runde Mario Party auf dem... Wie heißt das? Detoxin. Genau, mit Papierpig. Guten Tag. Ja, ich bin auch wieder dabei. Er steht da oben übrigens auch. Und IP ist natürlich in der Videobeschreibung. Ja, wir spielen Minecraft Mario Party. Also Mario Party in Minecraft. Genau. Oh Gott, im Moment ist Chaos. Oh, drei gewürfelt. Ja, ich hab... Oh, ich hab ne fünf. Das ist wie dieses Nintendo-Zeugs-Spiel mit den Feldern und dann kommen Minispieler. Und dann gewinnt man... Wie viel lustiger. Genau, und ich bin... Kann man das sehen? Peach. Ich bin wunderschön. Ich bin war Luigi. Ich bin der böse Luigi halt. Ich bin wunderschön. Du musst ja gleich nochmal die Uhr zeigen nach der Runde. Das stimmt. Also jedes Mal, nachdem man gewürfelt hat, ist halt ein Minispiel dran. Und dadurch kann man sich halt Vorteile erspielen. Goldwürfel, Silberwürfel oder Bronzewürfel. Und jetzt... Und jetzt kommt erstmal das erste Minispiel, äh, wie heißt es? Mobarena. Genau. Also viele Mobs wie möglich töten und nicht draufgehen. Wenn du... Also für dich nochmal als Tipp, wenn du drauf gehst, dann verlierst du Kills. Das ist schlecht. Ja. Also du verlierst fünf Kills oder so verlierst du. Oh Gott. Also, äh, Alex hat das Spiel wohl schon mehr als einmal gespielt. Ich erst einmal. Du hast durchgesuchtet. Ich muss mal den Sound gleich leiser machen. Ich hoffe, man hört dich so überhaupt. Ah, ich bin leise. Schrei einfach. Okay, ich schrei mal. Hallo, hallo. Holy shit, holy shit. Oh Gott. Ich hoffe, ich bin gut. Wie kann ich sehen, wie fit er ich bin? Gar nicht, ne? Unten in der Kf-Leiste siehst, wie viel Kills du hast. Wie viel hast du? 18. Oh, ich hab 20. 21. 22. Wow. 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 Oh, ich sollte nicht sterben. Wähler-Mäuse bringen übrigens auch Kills, ne? Also nur als Info. Ja, die sehe ich gar nicht. Kriegt gar nicht mit. 31. Oh, läuft bei uns. Moment, ich mach's. Lass uns weiter. Also Klänger kann jetzt, glaub ich, plus 9 würfeln. Das heißt, er kann 6 plus 9 würfeln. Ähm. 8 gewürfelt. Ja, 10. Bin ich erster? Ich bin erster. Ich bin zweiter. Man sieht hier, 16. Ne, ich brauch 52 Felder noch bis zum Ziel. Ja, ich bin zweiter. 63. Ich brauch 56 Felder. Ach, ach, ach. Also ist nach der Reihenfolge halt, wer wo steht, gestaffelt. Die Uhr halt. Genau. Also ganz vorne bin ich, weil ich der Beste bin. Was kommt? Minenfeld. Versuche das. Okay, okay, okay. Das ist geil. Ich glaube, das ist ganz cool. Was vielleicht auch zu erwähnen ist, ist, äh, also positiv zu erwähnen ist, dass die Leute hier, also die Developer von diesem Server, das also immer so bearbeiten, dass es halt fair ist. Beim letzten Mal, also bevor hier dieser Zaun war, ist es normalerweise immer so gewesen, dass es direkt losgeht, wenn es, also, als es, ja, noch so, wenn man noch Beta war, ungefähr. Also man konnte direkt loslaufen, also sobald man gebotet wurde. Das war halt, das war halt unfair, ne? Ach, maaan. Ach, scheiße, ich bin auf so eine Kackmine gelaufen. Ich bin nicht der Beste in diesem Spiel. Oh Gott. Ja, ich gewinne. Ich gewinne. Doch, ich gewinne. Ich bin ehrlich im Moment gut. Nein! Oh. Ja! 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 Haha! Huhuhu! Dann räumt ihr direkt ab. Ich habe drei Tokens erhalten und zehn Punkte. Ja! Wow. Und ich kriege den Goldwürfel. Ich habe mir vier gewürfelt. Elf. Oh, ich gehe voll ab. Elf, Alter. Ich bin immer noch Zweiter. 41 Felder habe ich nur noch. Oh Gott. Ey. Normalerweise dauert es eine Runde und eine Viertelstunde. Aber wenn man so wirklich wieder klangt, dann dauert es wahrscheinlich fünf Minuten. Oder so. Ja, weil ich so gut bin. Weil ich so gut bin. Ach ja. Es wird gespielt. TNT Run. Das ist cool. Ich finde es auch immer cool, dass die Mario-Musik so mit Minecraft eingeblendet wird. Ja. 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 Ja, ja, ja. Das Spiel war auch vor kurzem, also als es noch neu war, scheiße, weil einfach das Feld viel zu klein war. Was geht noch nicht los? Ganz ehrlich. Aber das ist jetzt wiederum scheiße, wenn man nur so zu zweit spielt, weißt du, oder zu viel, naja, was heißt, wenn du in der Nacht spielst, wo noch fünf Leute so spielen, ist das viel zu groß. Oh Gott. Wie lange dauert das, bis so ein Block verschwindet? Nicht so lange, ne? Ja, der, der, der geht direkt hinter dir weg, wenn du läufst. Okay, also sollte ich ein wenig aufpassen. Ja, denke ich mal schon. Eigentlich musst du am Anfang noch gar nicht hüpfen, sondern einfach nur sprinten, weil viel geht noch nicht weg am Anfang. Nein, verdammt. Das ist jetzt nicht dein Ernst gewesen, dass du jetzt ernsthaft ausgeschrieben bist. Doch, weil genau vor mir einer so meinen Weg gekreuzt hat und ich dann bei ihm reingelaufen bin. Ja, das ist unfair, weil überall ist Platz, nö, aber die Leute laufen vor der Fresse rum einfach. Guck mal, wo ich dich finde. Im Moment sehe ich dich nicht. Holy shit. Da! Oh, du bist ganz schlecht. Oh, du verlierst. Oh, 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 ob du das schaffst. Oh, du bist gut, du bist gut. Du verlierst, Vorsicht. Was man vielleicht auch wissen sollte, wenn mehrere Leute, also die Spiele gehen ja nur eine bestimmte Zeit, wenn jetzt, oh fuck, wenn jetzt noch ein paar übrig stehen, also wenn zum Beispiel fünf Leute am Ende übrig sind, wird dann ausgelost. Also es ist ganz zufällig, wer gewinnt, wer Zweiter wird, wer Dritter wird und so weiter. Lustig, lustig ist das. Es ist auch manchmal unfair, wenn man dann so einer der fünf ist und dann nicht mal Dritter wird oder so, aber. Ja, das ist doch ein Schicksal. So, wie viel leben denn noch? Ich weiß es nicht, steht nirgendwo. Oh, blöd. Aber es wird hier langsam eng. Ich weiß langsam nicht mehr, wo ich hinspringen soll. Holy shit. Oh, da bist du tot. Dritter geworden. Wo bist du? Da. Hallo. Hey, da ist Peach. Oh. Bei mir ist Dritter geworden. Ich meine Dritter ist gut. Ist, äh, ja, besser als, äh, Vierter. Ja, stimmt. Okay, jetzt kommt wieder der Würfel. Ich hab ne Sieben gewürfelt. Fünf. Ja, okay, aber du bist ja noch ein paar Felder vor mir. 36 Felder, boah. Oha, ich bin neun Felder vor dir. Läuft bei mir. Ja, wenn ich jetzt einmal gewinne, dann mach ich ne Elf und dann... Joa. Du würfelst ne Eins. Ne Null. Ja, ne Null. Und dann bist du gleich auf. Das wär lustig, wenn's ne Null geben würde. Oh nein, das Spiel kacke. Das Spiel kacke. Das Spiel kacke. Das Spiel find ich kacke. Das Spiel kacke, ey. Da find ich nie gut. Da verlier ich immer. Das hast du als einmal gespielt. Ne, das gab's schon mal auf anderen Servern. Ja, das gab's bei Mario Party, äh, Minecraft Party. Genau. Wobei ich die Party ehrlich besser finde. Oh fuck. Schon voll den Start verpennt. Nein. Nein. Ich hab gar nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Oh Mann, das gewinnst du eh nicht mehr. Doch. Schaff ich noch. Da hat einer losgelaufen neben mir. Ha, voll ihr Idiot. Komm, verkackt mal alle. Verkackt mal alle. Oh Mann, ich wurde schon wieder zurückgeportet. Ach komm. Ach, verdammt. Ja, sag ja, wenn da einer mal dran ist, dann hast du verloren. Ja. Egal, ich würfel jetzt wieder ne Zwölf und dann bin ich wieder ganz vorne. Ja, ne Zwölf mit nem Jaxxerwürfel. Ach, ne Vier. Ich hab mit drei gewürfelt. Ich bin immer noch Erster. Du hast so zehn Fälder vor mir. Wo du eins mehr gewürfelt hast als ich. Ich find das übrigens geil mit dem Shader, das sieht cool aus. Stimmt, ich würde eigentlich den Shader auch einmal, das ist mir nicht zu blöd. Tja. Das ist gewesen. Ah ja, warte. Shaders, Internet. Ja, ich hab auch Shader. Pferderennen, reite so schnell wie möglich mit deinem Pferd, um als Erster ans Ziel zu kommen. Nein. Hoffentlich muss ich nicht springen. Du musst Leer-Taste drücken die ganze Zeit. Ich kenn das nicht. Und F5. Das kann ich aber. Da verkrampft der Daumen so ernsthaft. Das ist richtig schlimm. Ich hab gestern gespielt und mein, boah, ich hab gestern meinen Finger so verkrampft. Hättest du das gedrückt? Ne, ne? Du drückst dann dauernd. Ja, ja. Aber die Strecke ist neu. Boah, geil. Boah, ich drifte, ich drifte. Das sieht richtig geil mit Shader aus. Mit Glas auch. Also mit dem Glas da. Ja, das glänzt bei mir so ein bisschen. Wohoho. Boah, ich hasse diese Regenbogenstrecke, ne? Bei Mario Kart. Die hasse ich auch, wie die Pest-Regenbogen-Rolle war, ne? Ja, die ist so scheiße. Aber bei mir glänzt die Strecke so ein bisschen, ne? Von der Sonne. Bei mir auch. Sieht richtig cool aus. Wohoho. Aber ich bin gut, ich bin noch nicht runtergefallen. Ja, das muss ja nichts heißen. Guck mal, der vor mir oder der neben mir hat einfach nur eine Zahl als Namen. Ha, jetzt ist auch runtergefallen. 2, 2, 0, 7, 5, keine Ahnung. Wohohoho. Ja, geiler Name. Geiler Name warst richtig, ne? Bist richtig kreativ. Ja. Ich hab den fünften Checkpoint erreicht. Ich auch und ich bin im Stil. Komm, 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 komm. Erster. Was? Bist nicht mehr Dritter geworden? Oha. Ich war locker, ich war locker Vierter. Oh Mann. Jetzt wieder. Elf gewürfelt. Fünf. Scheiße, warum hast du nicht hier eins gewürfelt? Jetzt sind es aber nur noch vier, ne, waren wir noch vier? Ja, wir haben noch vier Felder. Oh Gott. Was kommt jetzt für ein Spiel? Was kommt jetzt für ein Spiel? Hoffentlich das mit dem Fallen. Das ist cool. Was ist mit dem Fallen? Ja, wo man so runterfällt. Ja, ja, das mag ich auch. Es wird gespielt. Kid Piep. Kid Piep. Was ist das? Das ist ganz normal einfach eins gegen eins. Wieso, alle gegen alle. Mit Bogen und mit einem Schwert. Wer am meisten halt killt. Ja gut, das kann ich... Wow, es geht ja direkt los. Ja, das ist halt noch ein bisschen kacke, aber... Du bist einfach eingekillt. Was ist da los mit dir? Wieso? Ich dachte, man soll welche killen. Ja, ich meine nur, was ist da los? Hey, wie viel Leben hat man? Ja, unendlich. Nach 60 Sekunden zählen die meisten Kills. Wow. Wow. Nein! Verdammt. Hä, Bogen ist doch voll sinnlos hier, oder? Ja. Oh, fuck. Wie viele Kills hast du? Vier. Nein, 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 nein. Ja, ich habe sieben. Was? Sieben? Wie? Man merkt, ich bin der absolute Pro in diesem Spiel. Hä? Wow, 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 rennt doch nicht alle weg. Bleibt stehen. In mir läuft das gerade voll schwammig. Ich kann gar nicht so viel reden, weil ich mich konzentrieren muss. Oh, ja. Und? Ich habe neun. Jawohl, ich habe zweiter. Zweiter. Ja! Ich bin stolz über meinen zweiten Platz. Ich bin der Böste. So. Ja, elf. Ich habe eine acht gewürfelt. Eine acht. Ich brauche nur 16 Fälle. Du musst doch schon wieder sieben Fälle davor gehen. Ich habe einfach eine elf gewürfelt. Kann doch nicht wahr sein. Geil, geil, geil. Aber wenigstens werde ich schon zweiter. Da bin ich auch schon wenigstens so stolz drauf. Und der letzte braucht noch 48. Geil. Was? Doodle Jump? Doodle Jump? Das ist aber neu. Berühre keine Monster. Okay. Das kenne ich nicht. Also das ist neu. Oh, dann haben wir gleiche Anfangsmöglichkeiten. Doodle Jump. Oh, cool. Wo geht's? Hä? Was muss... Du musst nach oben springen. Achso, man kriegt wahrscheinlich gleich irgendwie heftig Sprungkraft, oder? Dann kommst du wahrscheinlich, ja, ja. Hä? Nö. Ah. Ah. Verdammt. Ach, du musst in die Mitte. Hä? Du musst auf gelbe Blöcke gehen. Achso. Ah, verdammt. Nein. Richtig cool. Ich bin so schlecht. Ich auch. Nein. Nein, verdammt. Boah, ich spiel grad mit diesem 2-2. Wie heißt der nochmal? Was machen rote Plattformen? Keine Ahnung. Fuck. Ich bin ganz... Oh, Alter. Ich bin fast schon wieder ganz unten gewesen. Wo kann ich rauf? Achso, auf roten Plattformen kannst du nichts. Also da passiert nichts. Ja, wie komm ich da wieder runter? Ich bin einfach wieder springen. Du kannst dich ganz normal bewegen. Okay. Das ist schon mal gut. Nein, verdammt. Nein, das war blöd. Das ist voll blöd, wenn man genau über einer ist dann auch. Dann kommt man nicht vorwärts. Ja. Nein. Ho, ho, ho. Nein. Ich hab nicht aufgepasst und bin wieder ganz runtergefallen. So. Ja. Hä, wieso bin ich trittler geworden? Achso. Schlecht bist. Nee, nee. Es zählt wahrscheinlich erst die ersten 3, die ankommen. So. 8 gewürfelt. 6. 5 Felder, Alter. Du brauchst noch 10, ich brauch noch 15. Das heißt, wenn ich jetzt eine 11 würfel, hab ich schon gewonnen. Nee. Achso, doch. Scheiße, das heißt, du darfst das nächste Minispiel nicht gewinnen. Ach, ach, ach. Vielleicht gewinne ich ja. Dann kannst du nämlich eine 18 würfeln. Oh. Ich muss gewinnen, dann muss ich eine 18 würfeln. Gun Game. Oh, nö, das kann ich nicht. Das ist so unfair. Warum? Das ist so unfair. Töte so viele Spieler wie möglich. Das kann ich nicht. Das finde ich jetzt unfair. Nein. Das ist easy as fuck. Also für die hier, für Cyber Business, das finde ich jetzt total unfair. Das ist nicht fair. Nein. Als ob, als ob Klinger hier gerade manipuliert hat. Jawohl, ich habe einen getötet. Irgendwann Hunde hat mich gerade gespawnedrapped. Wow. Jawohl, ich habe Klinger getötet. Nein. Wow, ich check gar nichts hier mehr. Ja, ich habe einen getötet. Ja, ich habe noch einen getötet. Wir standen einfach rum. Oh, die, das, die Angel ist voll kacke. Die kann nix. Nein, ich bin gerade verbrannt. Hä, ich kann mich nicht bewegen. Verdammt, verdammt, verdammt. Nein, geht weg. Oh, das ist voll kacke, dass immer alle auf einen drauf gehen. Wenn du die Angel hast, ne? Ja. Da kann man nix machen. Ja, und dann spawntrappen die einfach ein. Ach, komm schon. Ach, verdammt, jetzt habe ich wieder den ollen Stab. Ja, den habe ich jetzt auch wieder. Verpisst euch doch. Oh, geht oder weg? Mein Gott, jetzt habe ich wieder den scheiß Stab. Nein, jetzt habe ich das Schwert. Da ist einer, der hat schon Diamant. Ach, das gibt es doch nicht, ey. Ja, das war es dann wohl mit meinem... ...mit meinem baldigen Sieg. Hast du schon Diamantsch... Alter, was ist denn los mit dir? Nein, ich bin ein Feuer verreckt. Haha. Alter! Nein. Ach, das gibt es dann nicht. Ja, ich habe... Ne, ich brauche noch eine Axt. Ich habe gewonnen! Verdammt. Ja, ich kann das nicht. Ich bin ganz schlecht in diesem Spiel. Hey, wo ist mein Kopf? Mein Peach-Kopf ist weg. Nein, ich habe eine 2 gewürfelt. Ich auch. Ich war so knapp an der 12. Ich habe auch eine 2 gewürfelt. Das ist doch scheiße. Mein Peach-Kopf ist weg. Ah, jetzt ist er wieder da. Mein Kopf ist aber auch weg. Lol. Ah, jetzt ist er wieder da. Aber ich habe jetzt noch einen zweiten. Es wird gespielt. Freier Fall. Ja, sauber. Oh, nee. Das kann ich auch nicht. Geil. Das kann ich auch nicht. Und du gewinnst wieder. Ne, da verliere ich. Weil das kann ich wirklich nicht. Okay, Gun Game war jetzt einfach reines Glück, weil ich habe nämlich Kills abgestaubt. Ich kann das auch nicht, aber ich finde das witzig. Das ist auch witzig. Das ist wirklich eine gute Idee. Weil man sieht einfach nichts am Anfang. Fuck, wo ist das Ziel? Da. Aber alle springen erstmal, ne? Ganz beherzt. Ja, eben. Oh, fuck. Oh, verdammt. Holy shit. Ich habe das zweite Loch noch nie geschafft. Er trifft das Loch nie. Ja, ich habe es geschafft. Hä? Oh, das war so schwer, ne? Das war so schwer. Nein. Wo muss man da hin? Fuck. Fuck. Ich will wenigstens das zweite Loch mal schaffen. Wie schafft man das dritte? Ich check das nicht. Ja, das fickt so meinen Kopf, ne? Ich will es auch mal sehen. Ich habe es noch nie gesehen, das dritte Loch. Boah, das ist so cool. Du verpasst so viel. Ja, ich habe es geschafft. Jetzt bin ich bei Level 3. Oh, fuck. Loin. Das ist aber geil. Ich springe einfach ganz außen. Uh. Gab es sowas nicht bei The Dropper? Sowas ähnliches? Kann ich ganz außen springen? Wow, come on, come on, come on. Fuck. Das Ding fickt meinen Kopf. Wo muss ich hin? Ernsthaft? Wo muss ich hin? Muss man zum Drachen oder was? Das weiß ich nicht. Holy shit. Ah, verdammt. Scheiße. Egal, jetzt habe ich es gesehen. Das reicht mir schon. Warum habe ich gerade eine 2 gewürfelt? Sonst könnte ich jetzt mit einem Schlag gewinnen. Ich habe eine 6 gewürfelt. Eine 4. Wie viel brauche ich noch? Ich brauche nur noch 4. Ich brauche nur noch 4. Ach ja, am Ende zählt übrigens, wer die meisten Felder hat. Das heißt im Prinzip, würdest du jetzt eine 4 würfeln, also auf 0 kommen. Und ich würde eine 11 würfeln, bin ich vor dir. Ja, gut, aber hey, ich bin doch dann fertig, weil... Ja, aber weil ich ja auch fertig bin, gleichzeitig dann. Ja, gut, gut, gut. Okay, das Spiel kann ich nicht. Ja, nee, das geht. Das ist halt einfach jetzt kacke geworden, weil man nicht mehr Spawnschot... Oh, doch, kann man schon. Hä? Wow. Ich kann manchmal nicht schießen. Was ist das für eine Art? Ja, ich kann... Ja, gut, das ist, glaube ich, ehrlich der Spawnschot. Ja, eben. Ach, Mann. Aber der Chat ist einfach riesig. 1000 Marios hier. Ach, verdammt. Ich will schießen. Ja. Nimmst du eigentlich auf? Nö, ne? Nö. Nö, okay. Just for... Ach, verdammt, das gibt's doch nicht. Ich muss doch jemand... Ich muss doch mal was treffen. Ja. Ich mag das Kling übrigens. Das mag ich auch. Also deswegen höre ich das sehr gerne oft. Du hörst das sehr gerne oft. Ach, verdammt. Wie viel hast du getötet? Bisher? Äh, 11. Oh. Jetzt wahrscheinlich mehr, ne? 12. Oh, ich auch. Immer noch 12. Oh, verpiss dich doch, du scheiß Warntrapper. Ey, ich töte immer ein und dann verreck ich. Ach, ja, ich auch. Mein Gott. Ich muss doch jetzt wenigstens hier dieses Spiel gewinnen. Hä? Lull. Man kann auch am Fallschaden sterben. Nein. Oh, Mann. Fünf Sekunden noch. Vier. Drei. Und? Dritte. Nein. Oh, doch. Nein. Das wird jetzt nochmal knappe Sache gehen. Musst du mindestens so vier würfeln, ne? Nicht vergessen. Ja, ich weiß. Verdammt. Was hast du gewürfelt? Nein! Eine zwei! Ich hab eine acht gewürfelt. Hast du gewonnen? Ja, null Filter bis zum Ziel. Nein! Ich bin dritter. Fick doch mein Leben. Ja, Mann. Ja, lustig, lustig, lustig. Lustig, lustig, lustig. Ja, gut. Das war's mit dieser Runde Minecraft Mario Party. Ich hab sehr viel Spaß gehabt, auch wenn ich nicht gewonnen hab. Ja, das ist wirklich super Server. Aber wenn ihr auch Bock habt, das zu spielen, Moment, ich geh mal in andere Lobby, hoffentlich regnet's da nicht. Ne. Äh, dann geht auf den, dann den, diesen Server hier, ich kann den nicht aussprechen. Sytoxin. Genau, äh, die IP ist in der Videobeschreibung. Und, äh, ich kann mich sagen, schaut mal beim Alex vorbei. Hallo. Das bin ich. Hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. So, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und, äh, die IP ist in der Videobeschreibung.